Fuck yeah Leute, willkommen zurück! Ah, bisschen laut. So, schon besser. Fuck yeah, willkommen zurück! Und zuerst, wir sind die Rübengeister, wir haben einen Meister, der Meister hat für Fohle, wir sollen etwas holen. Wenn wir nichts bringen, dann wird er uns verschlingen. Genau, heute ist es Halloween. Und was passt besser als Hell und Dark War zusammen, Alter? Gelegen wir mal los. Yes, Meatball Power! Boah! Boah! Okay. Boah, da war ich zu schnell. Boah! 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 Jetzt würde mich zu... Ja, wer heute Halloween ist, interessiert mich sehr. Wie feiert ihr Halloween? Boah! 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 Ich glaube, ich nehme einen Commander. Ups, das läuft wieder hoch. Aber mit dem läuft es schon mal besser. Ah, zu tief. Ah, was war das jetzt? Entschuldigung, wenn wir ins Mikro gekommen sind. Ah, nee, der ist mich viel zu schnell. Ich brauche ein langsames Fiech. Chill. Ah, da muss ich so draufhauen, deshalb habe ich keinen Bock. Agmo! Ah. Ah. Bläh. Ich behalte mein Mietvoll. Ups. Ups. Ich komme nicht mal über die ersten drei Kreissägen hinweg. Wow. Oh. Mäow. 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 Ohhhh, läuft's. Muaah. 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 Ich weiss, es nervt schon was. Muaah. Muaah. Komm schon. Muaah. 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 Das kann ich den ganzen Tag durchziehen, alter. Muaah. Wie viele von euch kriegen jetzt eine Rastung. Muaah. 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 Oh, schade. Ja, der letzte wäre gerade extra gewesen. Komm, schieß. Muaah. 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 Das gibt's doch nicht. Aaaaah! Aaaaah! Ich hab nicht vergessen nach der Hell in die Statistik zu schauen. Alles auf meinem weißen Zettel. Ne, äh, nicht weißer, sondern weißer Zettel. Ha ha ha, Wortspiel, ha ha ha. Aaaaah! Ha ha ha! Ich glaube ich bin bescheuert. Das gibt's doch nicht. Ha ha ha! Ha ha ha! Nein, ich hab heute nix gedrungen. Ha ha ha! Heute ist einfach nur Halloween und einige... Ha ha ha! Kleine Kinder nerven schon. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ich glaub ich krieg den Sack heute gar nix mehr aus! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh mein Gott! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Aber das ist langweilig schon! Ha ha ha! Nein! Das hört sich cool an. Nein! Nein! Boah, komm schon Meat Boy! Was soll ich nur los? Nein! Nein, das gibt's doch nicht. Der Anfang ist das Schwerste oder was? Zumal ist der Anfang der immer der reicheste. Ah! Blubberpants Revenge! Ab morgen im Kino! Ah, scheiße! Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Meat Boy! Konzentration, you! Nein! Ah, das gibt's nicht! Oh, komm schon! Nein, da bin ich zu weit! Boah! Moment, Miko war zu nah! Ich glaub' ich bin grad momentan ein paar Male mit meinem Mund gegen das Mikro gekommen und ihr habt das jedes Mal gehört zu einem Buch! Buch! dropsch! Nein! Nein! Das gibt's nicht! Nein, da muss ich gleich von Anfang an wegdrücken, ok Jo, schön Nein, das gibt's nicht Das erhält mich eindeutig ein Mega-Nein, was für ein Leck, scheiße, ähm, 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 ich mein, was mein ich denn, Blubberbernd, genau, ah, Blubberbernd Oh, komm schon Heute wird er ein Durch-Zer-Oh, Run-Part, ich werd nicht viel quatschen Ja, ha, ha So, mit ein bisschen wenig, oh, komm schon, ich springe direkt in die Orange, und hier sind die Kreissäge Orange Kreissäge Hallo, mein Name ist BeatBall, ich bin Kreissäge Oh, hallo, Herr Kreissäge, freut mich, Sie kennenzulernen Ah, scheiße Ah, scheiße Hm, hm Pssst Ah, gibt's doch nicht Oh, hallo, gib's nischt Und MAAAAU K-AU MAU MAU Nein! So stirbt man am besten mit der Kreissäge! Sie wollen schnell sterben Sie haben aber keine Lust Suizid zu begehen Sie sind sehr schnell, sehr leichtsinnig Sie wissen nicht, was sie noch anstellen sollen, da ihre geliebte ganze Zeit entführt wird Dafür gibt es jetzt Abschaffung! Herr Kreissäge! Die Kreissäge, die echt alles tötet! Eine Berührung und sie zack! Und sie zack! Springt in eine Million Teile! Herr Kreissäge! Heute im Angebot für 9,99 im Lidl! Ich mag Aldi nicht, deswegen Lidl Nein, Rewe wäre eigentlich besser gewesen! Rewe, jeden Tag ein Stückchen besser! Aaaah, jajajajajajajaj Xin! Herr Kreissäge, kennt sie mich schon? Neu, du bist und du, Meat Boy, jetzt bin ich in tausend Stücke gerissen. Oh, mein Finger fängt jetzt schon an weh zu tun. Aber ich muss Meat Boy ein paar Folgen aufnehmen. Oh, das gibt's nicht die erste, dieses Teil. Die Decke ist da viel zu tief. Ich hab da eine Vermutung. Ich hoffe, die bewahrt sich. Nein, da muss ich schon springen. Achso, huah, tot. Ich mag auch Horsch nicht. Ich mag Pink. Pink. Ja, ich wäre ein richtiger Mann, ich sehe auf Pink. Nein! Gratit war's trotzdem cool. Wieso ist da unten noch ein Meat Boy? Komisch. Ja, tot. Ja. Macht nix, wir haben ja auch nicht gegeben. Fuck. Ah, scheiße. Ich bin so leichtsinnig. Ich sterb so oft. Ah. Ich glaube, da wird mich schon mal ein bisschen anders. Und nicht so. Ah. Schon wieder hat's Mikro gekommen. Das gibt's doch nicht. Aber mein Mikrofon ist leicht kaputt. Ich muss das ein bisschen so nah am Mund haben, halt. Ah, genau. Oh, mein Gott. Superbob reform. Oh.